Halli Hallöche meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Mist Survival. So, es wird langsam wieder heller, denn es ist jetzt schon fast elf. Wir sind auch schon ziemlich im Eimer und Essen und Trinken könnte noch reichen. Ich muss ja gar nicht so lange schlafen. So, pass mal auf, das machen wir jetzt. Dann ist nämlich auch draußen das Zeug fertig. So, deswegen würde ich sagen, wir schlafen mal elf, zwölf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden. Mal schauen, ob das reicht. Von Fetigo her. Nein, noch nicht ganz. Gut, also nochmal eine Stunde. Also so sieben Stunden braucht er wohl, was? Nein, dann acht Stunden, okay. Halt. So, schlafen wir halt nochmal. Also je nachdem, wann wir ins Bett gehen, brauchen wir schon so um die acht Stunden. Und dann ist es auch tatsächlich wieder hell. Was hier auch nicht verkehrt ist. So. Dann schauen wir mal nach unseren Dingen. Und nach dem Essen. So, wie sieht das aus mit dem Leder? Das ist bei 17% jetzt. Hier haben wir auch schon wieder ein bisschen was. Oh, die sagen, gibt es mal Hähnchen zum Frühstück. Oh, 42% nur noch. Äh. Ne, ich esse mal lieber das Hähnchen. Und das hier. Und dann müssen wir nämlich auch schon wieder jagen gehen. Tatsächlich. So, und dann trinken wir. Ah, geschmeckt. Könnte ich eigentlich auch mal wieder. Ah. Ja. Das ist gut. So. Äh, die Kartoffel können wir noch. Die könnten wir. Oh, die sollten wir auch mal braten. Aber eigentlich. Die bringt halt auch gar nichts, ne? Und dafür jetzt die drei. Will ich gar nicht. Feuerzeug verschwenden. Zunder verschwenden. Wegen da dieser dämlichen Kartoffel. Da tue ich wieder rein. So, und die Seile. Und die Nägel. Äh, das war nicht hier. Das war hier. Seile und Nägel. Seile hier. Gier da, Nägel da. Die Gier. Ich pack die Gier. Ach ja. Uh, uh, uh. Da draußen müsste ja was fertig sein. Und dann machen wir hier schnell noch ein Gier. Äh, erstmal kurz. Hm? Ja. Besser ist das. Bei 45 Minuten sind eben. 45 Minuten. Da kann so einiges passieren in der Zeit. So, und dann können wir eigentlich auch mal Arrowheads machen. Vier Stück, eine Stunde. Wir haben ja gespeichert. Ich möchte mal ein paar Pfeile machen. Die Sonne. Da kommt die Sonne. So. Mehr als vier können wir, glaube ich, im Moment eh nicht machen. Ich mach wieder zu. Gut. Also. Jetzt haben wir hier, da haben wir noch ein Gier. Ach man, was ist denn wieder los? Entschuldigung. Es ist furchtbar. Zwei Gier. Sechs, äh, Dingens da und zehn Hölzer. Sechs Scraps. Haben wir hier. Das ist auch mittlerweile echt wenig geworden. Und wie viel? Zehn Hölzer. Oh je. Da müssen wir auch bald mal wieder neu machen. Ja. Klick. Sechzig Minuten. Naja, sei es drum. Wir wollen ja schließlich die Pfeile machen und den besseren Köcher und so. Huch. So, und hier brauchen wir vier Gears und noch für das nächste Level. So. Leder. Dried Leather ready for use. Da brauchen wir eine trockene Animal Hide. Das gibt acht Leder. Mit acht Leder. Da brauchen wir genau für den Köcher. Und das haben wir nämlich auch alles hier. Sollte ja dann also kein Problem sein. So, Hunting Arrow. Vier Arrowhead. Ein Stick. Und drei Federn. Schauen wir doch mal, oder? Moment. Da haben wir drei Stick. Wir können noch mehr Sticks machen, ne? Ja. Einen. Dann haben wir vier. Machen wir mal vier Pfeile, was? So. Denn ich möchte da drüben mal noch richtig looten gehen. auch da, wo die Zombies sind. Recurve. Das können wir denn auch machen. Hä? Die können wir noch nicht? Ich dachte, die können wir auch schon machen. Das Upgraded Shield können wir schon machen. Sehr gut. Gas Kennen. Lockpick. Ach, die Sachen können wir jetzt machen. Okay. Da könnten wir uns Pfeilen natürlich machen. Das wäre nicht schlecht. Egal. Jetzt machen wir erst mal ein paar Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Yo. Pfeile, Hunting, Pfeile. Für einen brauchen wir einen Pfeilenkopf, einen Stick haben wir hier und dann drei Federn. Das heißt, wir brauchen, äh, dreimal vier Federn. So. Haben wir denn so viele überhaupt? Ja. Haben wir. Sehr gut. Oh, ja, dann, ähm, hau mal rin. Machen wir vier Stück davon. So, 40 Minuten ist okay. Und dann schießen wir die vier gleich mal in die Pampa und dann ärgern wir uns. Und der Kollege ist wieder da. Ähm. Ich könnte den, ja, der geht halt kaputt. Aber mein Gott, wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Ich brauche halt auch Komponenten und so ein Zeug, ne? Und so, pass mal auf, die kommen da rein. Die Federn. Die sind gar nicht hier, die sind hier. Soll ich auch wieder zurück? Halt. Was denn hier für eine Unordnung? Die vier Pfeile. Equipment. Cool, boah. Die tun wir hier rein. So. Ähm. Zigaretten. Für unseren Freund. Zigaretten. Zigaretten für den Armen verunfallten. Eumel. So, hier lasse ich offen für schnelles wieder reinrennen. Hartstick. Okay, brauche ich im Moment nicht. So, Kollege. Wo hast du dich wieder? Wo hast du wieder geparkt? Da unten wieder? Hm, 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 hm. Bestimmt wieder hier rechts. Nein. Nein. Da links. Ja, da hinten steht er. Mal links, mal rechts. Der kriegt's auch überall hin. Vor allem hier ist halt nichts, ne? Der muss irgendwie gegen den Pfosten gefahren sein. Aber er hat die Türen wieder. Sehr gut. Rescue. So. Hallo, mein Lieber. Ja, passt schon. So, zeig her. Ein schönes... Ja, danke. So, zeig mal, was hast du denn? Die Batterien. Hier, guck mal. So viel Zigaretten. Kriegt er die Batterien alle für? Ja. Kriegt er auch das T-Shirt? Und die Cola? Nein, die Cola nicht mehr. Und das Fischding auch nicht. Das T-Shirt brauche ich eigentlich nicht. Dann gehen wir lieber das Fischding und die Cola. Ja, Deal. Sehr gut. Gut. Viel Spaß mit den Zigaretten. Ich kümmere mich mal eben um dein Auto. Muss ja auch gemacht werden. Ach, Kofferraum hat er mittlerweile leer. Dann nimmt er schon nichts mehr mit. Ich räume halt dein Fahrzeug weg. So. Da haben wir Hammer. Ja, aber die Komponenten und die Scraps, die sind natürlich schon wichtig. So, wie viel weiter haben wir noch? 40,1 sind wir noch. Okay, gut. Achso, ist noch rausgerüstet. Moment. Noch immer 40,1. So, und jetzt haben wir hier... Gears. Fishing. Wo ist das Zeug? Fishing. Oh, wir haben schon ein Lohr. Ach, shit. Geht auch nicht. Ja, komm, dann weißt du was. Tschüss. Brauch ich nicht. Oh, mischt. Ich werde eh nicht fischen gehen. Aber wenn ich schon mal da bin... ...und der Hammer eh schon... ...fast im Eimer ist. Schauen wir mal, wie lange er eventuell noch durchhält. Achso, Moment. Nur mal schauen, ob was... Nein, hat nichts. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Und ich mach's 9. Jetzt fällt nämlich das andere Rad auch noch ab. Aber wir haben trotzdem... Wir haben trotzdem die Karre noch nicht verloren. Was war das denn gerade? Hier ist wieder eine Zigarette. Die Reifen bestehen aus Zigaretten. 36,7. Es ist ein Trauerspiel. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, eine Flasche. Die brauche ich eigentlich nicht. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Weil ich es einfach nicht lassen kann. 33,9. Ist hier wieder ein Spritkanister? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Oh, jetzt habe ich hier mein... Da wäre was drin. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisschen wenig Komponenten. Ich hätte mir ein paar mehr erhofft. So, wir sind bei 31%. Dann können wir den eigentlich auch noch mitnehmen, oder? Huch, da lag was. Da ist nur eine Flasche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da stehen sie da, ohne Reifen. Entschuldigung. Ohne Reifen und so und so weiter. Und wir sind schon ziemlich erschöpft. 28,1%. Ja, wir müssen looten gehen. Es bringt ja... Es führt ja zu nichts. Es bringt ja gar nichts. Wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall looten. Und ich wollte ja sowieso diese Zombiehäuser mal durchspotten. Ich bin jetzt ausfungernd Durst, technisch. Ja, komm, da können wir die eigentlich mal kurz trinken. Hau dir rein, die gute Cola. Muss auch mal sein. Nicht immer nur Wasser trinken. Sondern auch mal eine gute Cola. So. Ja, ein bisschen flitzen können wir. Flitzen wir mal hier hoch. Ein bisschen abkürzen. Vielleicht haben wir ja hier zufällig ein Hühnchen am rumlaufen. Nein. Nö, die haben... Das hat sich wohl rumgesprochen. Haha, von wegen. Nö, nö. Warte doch mal. Alles gut. Jetzt warte doch. Wie es halt auch wieder herkommt, ne? Jetzt probier ich mal was. Oh. Oh. Schluss damit. Ich habe rumgemeckelt hier. Gut. Einstein. Na gut. Nehmen wir halt mal mit. Ähm, hier haben wir nichts mehr am Köcheln, ne? Ne. Aber die Taschen sind schon wieder voll. Und der Hals ist auch schon wieder voll. Gut. Ach, Mann. Batterien. Wo hatte ich denn die Batterien? Die, die hier. Ich tue die hier rein. Vier Batterien. Das ist okay. So, eine Machete. Ist ja eigentlich kein Werkzeug, ne? Die Kettensäge. Der Hammer. Ja, den muss ich weg tun. Das ist nicht gut, wenn ich den da so... runter. Und so runter arbeite. Ähm. Wenn wir looten gehen, dann brauche ich erstmal keine Säge. Und eigentlich auch kein Hammer. Räumen wir die mal weg. Dann räumen wir die mal weg. So. Dann... Machen wir den mal weg. Einen. Was ist das denn? Stein. Stein kommt auch hier rein. Oder habe ich Steine? Ah, Moment. Steine habe ich woanders. Nein, Steine habe ich hier. Und so. Jetzt müsste es besser sein. Okay. Ähm. Hier haben wir Steine. Vier Stück. Ah, okay. Geht. So, Flaschen. Schon wieder Tücher. Der Tüncher. Der Flaschenschrank. Der wird auch immer fetter hier. Der platzt auch aus allen Nähten. Wie sieht es hier aus? 29,9. Hunger. Technisch geht es gerade noch so. Zigaretten für den nächsten verumfalten. Eine zumindest. So, dann die Machete. Und die kommt ja dann theoretisch hier rein. Wir haben halt schon echt viel. Warum ist der schon... Warum hat der schon so viel? Das ist ja echt kacke, dass der schon so gebraucht ist. Tue ich die Knarre raus? Ich glaube, ich tue die Knarre wirklich raus. Ich will ja jetzt mit dem Bogen versuchen. Ja. Machen wir es mal so. Tuen wir mal das Zeug hier zurück. Hier haben wir noch einen explosiven Pfeil. Und hier haben wir noch drei Hunting Arrows. Carbon Hunting Arrows. Mal gucken, ob man die auch benutzen kann. So, den nehme ich mal auf die 1. Mhm. Kann ich denn hier... Ja, die kann ich da auch reinpacken. Sehr gut. Wenn wir da Zombies jagen, die ja nicht weit aus dem Haus rauskommen, weil die dann verbrennen, können wir das eigentlich mal ausprobieren. So. Jetzt würde ich aber das Hähnchen mal noch eben schnell kurz filetieren. Huch, hier liegt hier ein Stein. Der lag doch hier. Warum liegt der jetzt da drüben? Habe ich den irgendwann mal rübergekickt oder was? Stein, Stein, Stein. Jo. Stein kommt rein. Gut. Dann einmal hier. Harvest. Ja. Genau. So. Machen wir das. Combat Knife. Ja. 53 Minuten. Ist okay. Türen sollten zu sein. Für den Fall des Nebel. Dann haben wir Fett für unseren Topf. Sehr wenig Fett, wie ich zugeben muss. Dann machen wir hier mal ein Pfeuerchen. Schmeißen hier die Dinger gleich drauf. Den Roh bringen die mir gar nichts. Dann schauen wir mal, wie sieht es hier aus. Ui, ui. Da esse ich gleich mal eins. In der Zeit verbrennen die anderen wahrscheinlich. Nein, sind noch... Sind noch genießbar. Läuft noch eine Stunde 20. Oh, heute ist... Heute ist furchtbar mit mir am Hals. Ah, tut mir leid. Also echt. Ich muss bei dir... Heute in der Arbeit wahrscheinlich wieder zu viel geredet. Und dann ist es immer... Ja. Dann ist es immer schwierig. 14 Uhr. Pass auf. Nur, dass wir voll gegessen sind und unsere Gesundheit dadurch... Schön... Ja, siehst du. Diesmal habe ich schneller getrunken als er. Unsere Gesundheit dadurch... Auf vollem Level ist. So, das Ding brennt hier weiter. Das da trüpfelt auch noch. Dann tun wir die Federn. Die waren... Die waren hier, genau. Für die Pfeile. Für die Pfeile. So. Und dann würde ich sagen... Wir machen jetzt eine Folgenpause. Sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es wieder ist. Time to play. Mest Survival. Und dann gehen wir mal rüber. Und schauen mal, was dieser Carbon-Pfeil so kann. Bei den Zombies. Bis dahin. Macht's mir gut. Tschüss. Tschüss.